Vielen, vielen Dank an Rasmus Laude! Auch du bekommst natürlich ein Geschenk von der Mannschaft. Philipp Lidia wird es überreicht. Und wir gehen aufs Podest. Denn du darfst auch noch ein bisschen was sagen, wenn ihr bei Rasmus. Na klar! Nichts tue ich lieber! Rasmus! 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 Erstmal natürlich vielen Dank für alles hier. Ich habe meine Zeit hier sehr viel genossen. Und das war unglaubliche Zeit. Trotz, dass ich Mick zweimal leider schwer verletzt habe. Ich habe das super gemacht und Mick echt gut zugenommen. Und ja, danke für das auf jeden Fall. Und jetzt geht das weiter. Und ein bisschen weiter nördlich. Und wir werden uns sicherlich sehen. Und ich werde immer erhoffen, dass es viel Erfolg hier gibt. Und das ist immer sicher hier in Kiel. Vielen, vielen Dank. Und auf Wiedersehen.